Jawoll, so geht das. Der Transport-Ruber-Brauer von Baerbock zerstört. Jetzt geht es wieder richtig los hier bei Code Name Bees and Ready. Und Super Contra. Das finde ich echt super, Mann. Schön diese Penner abballern. So muss das sein. Jawoll, so geht das. Der Transport-Ruber-Brauer von Baerbock zerstört. Ach, guck mal hier. Da kann ich ja entspannt hier in der Mitte stehen bleiben. Ah, ich glaube, ich treff den. Ich muss nicht mehr ran. Ja, jetzt. Ich muss von hinten an schießen. Oh. Da muss ich durch. Ja. Ja, die war für so kacke. Na wunderbar. Das hat tausend Jahre gedauert. Boah, hast du das gesehen? Das war mal gar nicht mal so schlecht. Scheiße. Scheiße. Wollen wir uns wasern. Ganz blutig, ganz dreck abwaschen hier. Boah. Was war da los? Wie ist der? Wie ist der? Geblä, Mann, Jung, 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 Jung. Jetzt geht er aber wieder ab, Jung. Oh, jetzt muss ich mich aber beeilen. Bevor er die Hose scheißt. Das war's. Meine Fresse, Junge, du musst auch mal springen. Na gut. Da drehen wir alle durch. Ja, genau. Ja, was ist das denn? Das war, Junge, du musst schießen. Ja. Der mich jetzt trifft mit dem Ding, also. Ne. Gieß es. Schluss. Jetzt kommen sie ja schon angeflogen. Das hat er auf Lager. Mit die Totenköppe. Und Bakterien, oder was? Ah, ja. Wird da was vom Kopf ausschlagen. Da, den haben wir sauer weggerucht, du. Jawohl. Na gut, das war jetzt kein Problem, Jung. Aber da kommt noch was. Ja gut, der war jetzt auch kein Problem. Einfach drauf ins Gesicht. Und dann ist hier Schicht. Ja, genau. Ich sterbe auch. Wenn ich auf den Kopf, äh, wenn ich jemanden auf den Kopf springe, dann sterbe ich. Och, ne, die sind scheiße. Wieso willst du ein Spiel noch nerviger machen? Fressen. Ne. Kleiner Bug. Hab ich zerstört. Ist aber nicht verschwunden. Das sind eigentlich so meine Lieblingsgegner. Ich weiß auch nicht, warum. Da brauchst du bloß draufhalten und, äh, warten, bis es durch ist, oder was? Ja, gut, der war jetzt auch kein Problem. Jo. Guck mir ihr den Freunde an. Oh, und die haut mich weg. Haut blum, da hab du. Ja, genau. Ich hau hier ab. So, scheiße. So, das sieht doch hier schon irgendwie nach Endspurt aus. Da hab ich gesagt, was ist jetzt los? Treff ich den? Glaub nicht, ne? Doch. Also, das war ja auch wieder ohne Probleme. Da, muss man sagen, wie, da haben die Entwickler nicht bedacht, dass man da einfach da stehen kann. Wenn man mit der richtigen, wenn die richtige Waffe hast, die streut, dann vorbei. Da fliege ich voll nicht davon. Mit Baerbox. Transport-Huber-Brauer, Junge. Also, da haben wir es auch geschafft, ne? Super Contra. Geiles Game. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Hier im Abspann hab ich nochmal ein Video für dich verlinkt. Contra. Schau dir das als nächstes an. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis denn und ciao.